so also ich habe hier glaube ich die stimmen soweit entworfen und allen fünf prinzessinnen ausschließlich mascha die spieler geige wir fangen an erst mal mit mir mein turm ist mein lebe tag ein tag aus einen schatz muss man heben wann holst du mich raus jetzt kommt die emilie vielleicht wirst du das lesen ich schreibe dir einen brief mit mir spricht nur ein bisschen irgendwas läuft hier schief die chantal da machen wir es ein bisschen akademischer ein bisschen klassischer ich pack dir einen kuchen zuckersüß und magst du mich bald besuchen dann fall ich in deinen jetzt kommt die silvia dass du gleich vor der tür stehst räum ich jetzt schon mal auf wenn du dann durch diese tür gehst komm ich besser drauf jetzt kommt die christina very very sexy in der badewanne wenn du vom weissen verstandst um mich zu befreien ja dann muss ich ganz hübsch sein ich hoffe du kommst bald rein sprechgesang machen ja wo die prinzessin durchdrehen vielleicht kann ich dich schnappen mit einer melodie wir beide könnten erwarten die musik macht uns frei klar haha ich habe ihn ja ja ich annoyed warte u warte viewer plan mit hッ 2 wnie warte Diese Tür ist verschlossen, wann trittst du sie ein, wo man kommst du ein? Nun, wenn ich sie ein, wo man kommst, dann kommst du sie ein, wo man kommst du sie ein.